Hallo zusammen. Am 8. Februar veröffentlichte der amerikanische Journalist Seymour Hash einen Artikel, in dem er die Beteiligung der USA an Ablenkungen an den Anführungszeichen Nordströmen Anführungszeichen erklärte. Seiner Meinung nach wurde die Operation von der US-Marine durchgeführt und verwendet, um Bomben und U-Boote zu installieren. Ich bin der erste stellvertretende Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanski. Ich habe erzählt, wie Moskau die Sitzung des Sicherheitsrats sehen möchte, die den Ablenkungen an den Nordstriam und Nordstriam 2 PP-Lines gewidmet ist. Dazu äußerte er sich in einem Gespräch mit dem US-Radiosen der WBAI. Ich habe Details über die Sitzung des UN-Sicherheitsrats über die Nordströme bekannt gegeben, und die Hoffnung auf die Rede des Journalisten Seymour Hash zum Ausdruck gebracht, der die Untersuchung der Untergriffe veröffentlicht hat. Anführungszeichen Wir hoffen immer noch, dass Herr Hash sich die Zeit nimmt und kommt, um vor der Weltgemeinschaft zu sprechen, aber wir prüfen auch einige andere Optionen. Anführungszeichen Freunde Der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung Setzen Sie Leaks und abonnieren Sie den Kanal Tschüss für alle